Hallo Minyans. Guten Tag. Ich hätte mich direkt erstechen müssen zum Anfang dieser Folge. Einfach nur aus... Hallo, herzlich willkommen zu Rust. Und ihr seht schon, die Aggressionen sind am Kochen. Mit dabei ist Wodan, Bandit Bob und Minyans. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, in der letzten Folge hat mich Herr Fleischermär abgestochen. Ich bin für eine Kastration durch die Gruppe. Durch die Gruppe. Weder ein Stück. Ey, das sieht wies aus, Junge. Oh, oh, Erdenpfeil. Ok, weg, 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 weg. So. Hat er C4? Mein Suizidhammer, ja. Genau, C4. Hatschen vier, komm. So. So, ich muss mir mal meinen Schlafsack runder setzen hier. Ist so staubig. Ist mein Schlafsack noch da hinten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Egal. Nee, eigentlich nicht egal. Und was heißt da hinten? Wo hast du den gesetzt? Da hinten, da hinten, da als wir noch unter dem Haus durchgelaufen sind, oder war das ein anderer Ort? Ja, das war doch am alten Ort, ne? Mach ich das nur. Oh, da fällt mir was ein, ich sollte ihn mal benamsen. Ja, ne. Weil sonst wenn ich spawner ist ja... Weißt du mit Essen, Mingias? Hast du Essen? Ähm, nein. Ich hab noch drei Fleisch anstecken, wenn dir das hilft. Nee, du sollst welche's haben von mir. Äh, ach, jetzt bist du freundlich, oder wie? Hast du ja noch 30 Clothes für Bob? Für nen Schlafsack? Ja. Äh, ja, Bob, nimm dir doch mal das bitte noch. Minias, ich hab dir alles gegeben, ne? Was hast du mir gegeben? Was hast du mir ausgegeben? Cloth. Ich hab keinen Cloth bekommen. Du hast Essen, hab ich dir doch hingelegt. Wo dann? Ja, was denn? Hey, das war mein Cloth. Achso. Du hast Essen einfach liegen gelassen, Minias. Danke. Danke. Was, wo? Hast du hier was hochgelegt, oder was? Wo? Nee, jetzt zeig's nicht mehr. Boah, ihr macht mich fertig, wir wollten vor ne Stunde los. Wo da? Hier auf dem Boden, unten. Minias unten. Komm her. 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 Bis Carmen home. Bis Carmen home. Das stimmt. Man darf keine. Was denn? YouTube blockt ja mittlerweile auch, ähm, geh mal weg da. Ich wollte uns Küchen drauf machen. Geh weg. Mach den Spieß aus meinem Gesicht. Du. Wer denn? Du. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Was macht YouTube? Ähm, 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 Cover. Ach so? Ne, ich bin satt. Also ich brauch nicht. Ich kann das jetzt hier reinlegen irgendwo in ne Kiste. Habe noch Platz? Hier in der vorderen Wanne noch Platz. Brauchst wirklich nicht. Boah, das ist ja geil. Diese, diese Granaten oder was das ist. Leg mal das andere Fleisch auch da rein. Haben wir Granaten gesagt? Ja. Er hat Granaten gesagt. Ähm. So. Leaping backbauen. Jack, wo liegst du? Da. Oben. Vor der Treppe. Ja, ich guck's. Mir vor der Treppe. Ja. Ja, also. Kann wir ein zweier Schlafsack haben? Ja. Na klar. Was ist denn jetzt los? Hast du ins Feuer gekotzt wieder? Ach so. Wir sollten im Übrigen, ähm, die Fensterrahmen absichern bei Gelegenheit dann. Also nicht die Rahmen, die Gitter. So. Ja. Bin ich auch der Meinung. Können wir jetzt raus? Sehr gerne. Kommen die noch raus heute? Ich weiß es nicht. Ich hab die Öfen erstmal nochmal befeuert, meine Herren. Den Treppenlift sucht, den haben wir nicht mehr. Den Treppenlift. Den Treppenlift. Lifter, den Treppenlift. Lifter, der freundliche Lippentripper. Der Lippentripper. Der Lippentripper. Der Lippentripper. Lippentripper. Wie bitte? Also ihr müsst uns bezeihen, auch schon wie in der letzten Aufnahmesession. Jack dringt immer weiterhin. Also wir wollten nicht drüber reden, aber wir sind auch als Hirnsturz-Cou verpflichtet, auch den Kollegen zu helfen. Eine Intervention. Haben ihm einen Schnapp spengelt. Eine Intervention, genau. Herr Fleischhammer. Ja. Können wir? Selbstverständlich. Wir sind quasi fertig. Was machst du? Oder nirgst du noch? Ich muss meine Sachen rauspacken, Mann. Da unten. Da unten läuft einer. Beim Fluss. Ja, da ist einer wirklich. Ich mach zu. Und dahin. Wo ist der Typ mit dem Fluss? Wo ist der Fluss? Da unten ist der Typ mit dem Fluss. Da unten. Ja, genau. Schießt mit einem Pfeil über 400 Meter. Headshots! Siehste? Wo denn? Wo denn? Achtung, er kommt uns dagegen. Und? Lass uns mal das Begrüßungskomitee machen. Oh, das war ein Treffer. Echt jetzt? Oh. Den gar nicht. Wo ist er? Der hat sich ein bisschen versteckt hier vor uns. Ich seh ihn ja. Hier ist ein Nackter noch unter uns. Echt? Wo kommen die denn auf einmal alle her? Hast du denn eine Pistole? Ja, hab ich. Was will er? Hi. Er hat sich gebückt. Ist das andere? Keine weitere Ausführung. Oh! Ah! Rumpel. 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 Wer läuft da unten im Gestrüpp rum? Ich bin jetzt über dem Fluss. Über dem Fluss. Okay. Ich glaub, er... Er mag unsere Smikes. Echt jetzt? Okay. Macht er das wirklich? Nein, Mann. Wir haben Munition gespart. War keine gute Idee von dir. Warum ist er da reingehüpft? Duiside. Ich vermute mal, er wollte sich umbringen. Oh, er hat ein Feuer bei. Oh, er ist sick. Ich nehme seinen Stein mit und seine Fackel. Er hat aber auch schon euren Sommer gehabt, ja. Die einzige Zubindung, die er bekommen hat heute. Von Stachel. Minjan, lass mal seine Fackel da. Wir haben genug Fackeln zu Hause. Aber weißt du... Er wollte kill... Hat er so viel Angst gehabt? Na klar, ich hab da schon auf ihn geschossen. Die Menschen sind verrückt, was die Aqualypse aus den Menschen macht, ja? Aqualypse. Aqualypse. Die Aqualypse kommt. Mein Damen und Herren, Endschlotz 2015. Aqualypse. Rumpelaboy. Achso. Spieler links, Spieler links, zwei Spieler links. Mit Bogen. Echt jetzt? Nein, nein, nein. Wir sind hier rechts. Da unten sind zwei Spieler links neben der großen Basis. Boah, geil. Geil. Ja, oder? Wir hatten aber irgendwas Rotes an. Ist rot gut? Da unten laufen. Da unten läuft einer. Zwei. Ja, ja. Rot. Stimmt. Rot bedeutet tot. Ist das so? Rot ist tot, ja. Ach, Quatsch. Ja. So ein Pullover, Mann. Theoretisch. Endlich Action. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Auf der anderen Seite. Der ist links in dem Torbogen vorbei. Genau. Der ist über den... Der andere ist aber rechts, gell? Die haben sich aufgesplittet. Richtig im Strand. Ne, beide links. Beide links oben beim Fels. Die gehen Richtung... Laufen zur Seite. Unsere Base. Ja. Okay. Dann auf der anderen Richtung hoch. Oh je. Mhm. Das riecht nach... Anteil. Ja. Selbstmordanteil. Selbstmordanteil da. Unter dem Stein bin ich. Wir rennen aber hoch. Rennen wir über den Berg? Ja. Richtig hoch. Richtig hoch. Richtig hoch. Richtig hoch. Ich würde sagen, nicht hinterher rennen, weil... Ja, lass uns mal erfrieren. Ja, erfrieren wir. Ja, erfrieren wir. Jetzt bleiben sie stehen und gucken. Das ist clever von ihnen. Die wissen, dass wir keinen Pullover anhaben. Und ich glaube, die frieren ja langsamer, ne? Ich könnte nicht wissen, dass wir keinen Pullover anhaben. Ja, aber du hast jetzt nicht Unrecht, Bob. Danke. Vielen Dank für die Bestätigung. Kein Problem. Da läuft nur mal einer links. Links am Fluss? Das ist Wodan. Am Fluss bin ich. Wodan? Bist du links am Fluss? Ja, immer noch am Fluss. Wodan ist aber nicht links am Fluss. Egal. Ich brauche eine Regenjacke. Wie weit geht so ein Pfeil? Der geht schon ganz schön weit. Ziel einfach Richtung Wodan. Wenn er schreit, weiß der wie weit. Hui. Da fliegt er aber weit. Bei mir ist er außer Sicht. Oh, ich würde mich gerne auf den Arsch setzen und hier runterrutschen. Ich kommentiere das jetzt nicht, ne? Au, 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 au. Steiß, 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 steiß. Hallo. Unterrutschen. Guten Tag. Und jetzt. Wo ist der Wodanski? Darf ich mal probieren? Ob ich treffen kann? Selbstverständlich. Ich hab keine Banase dabei. Ich hab getroffen. Das war komischerweise auch direkt in den Kopf. Sniper Minyas, Sniper Minyas. Wer liegt da tot? Hast du nachgeguckt? Ja. Ah, ruhig bleiben. Gut, komm, wir machen Action. Wir müssen in eine andere Richtung oder sowas. Habt ihr eigentlich das Schild vorgesehen? Auf dem... Ja, da war irgendwo am Fluss hier unten am Stein. Was stand da auf dem Schild? Weil das zeigt neu oder sowas. Spring. Wodanspring. Ja, ich bin's. Okay. Friendly jump, friendly jump. Kann nicht, ich bin festgefroren. Okay. Was stand da drauf? Wir werden's auflösen. Fuck off. Genau. Wieso ist das wahrscheinlich? Links läuft der? Oh, warte mal. Läuft der? Hört ihr's? Ja. Ja, da. Airdrop. Airdrop. Oh, der läuft aber... Komm, drop. Komm, lass mal hinloch. Komm, lass mal hinloch. Komm, lass mal hinloch. Der stürzt ab. Oh, der stürzt ab. Das hört euch mal cool, oder? Voll die Wendung hier in Rust. Und dann in die fette Base hier. Boah. Dann ist sie offen und wir können sie duten. Okay. Und droppt er noch? Ja, er droppt noch. Lass es raus. Lass es raus, komm. Du wirst jetzt. Man springt also erwartungsvoll über das Check. Nee, nicht. Er macht's nicht. Er tut's nicht. Oh. Aber wo der Ninski. Okay. Ah. Hm. Ich glaub, der droppt nicht. Ich glaub... Der droppt nicht. Nix hat er getroppt. Der droppt hier heute, ja. In Mohn. Feuerball in den Mohn. Ich sehe da hinten auf jeden Fall... Seht ihr mich noch? Also jetzt natürlich nicht. Aber jetzt vielleicht? Hängst du am Flugzeug? Ja. Oh Mensch! Just Cause mäßig, weißt du? Kommt übrigens ein neuer Teil, habt ihr gesehen? Just Cause Dry Trocken rein Also trocken oder wie? Trocken rein Super dry Super dry Der Albanier, da hinten ist übrigens noch ein Schild am Torbogen rechts Hier links war ja immer eins Und am Torbogen rechts sehe ich auch noch eins Da steht was Nein, eigentlich nicht Ah, muss man da durchlaufen? Wie Weißt du, ist das der Zug nach Hogwarts oder was? Musst du da gegen das Schild kennen? Keine Ahnung Oder probier mal Also er meint, man soll hier irgendwie ranspringen Naja, springt immer da ran und er friert Also dass die die Flüsse gefixt haben, finde ich auch gut Aber es ist trotzdem nass Hier ist auch ein Schild Das ist weiß Ich hätte jetzt gesagt, das ist weiß Ja, sind wir uns einig Das könnte weiß sein Was meint der mit dem weißen Pfeil vorhin? Halten Richtig, macht Sinn, ne? Hallo Was, was? Ja, am Strand Was macht der denn da? Ach, ist mir egal Sommerurlaub, du Okay, weiß Bescheid Ah, Coach Lars Was war der denn hier? Oh, hallo Repairbench Können wir das auch annektieren? Da gehört uns schon die ganze Insel Ja Theoretisch annektieren wir alles Wie so Arsgeier, weißt du, die letzten Überreste der Zivilisation Können wir das auch mitnehmen? Ihr habt ihr Öl, wir marschieren hier ein Das sieht doch noch gut aus Äh, geschlossen Seid ihr wieder zurückgelaufen? Oh Mann, was seid ihr für Leute, echt Kann man auch brauchen Ich dachte, wir holen noch ein bisschen Ressourcen oder so Ja Ich glaube, jetzt in Richtung Dann läuft einer am Baum entlang Richtung Basis Jack, bist du das? Nicht Richtung unserer Basis, nein Ne, andere Base, war nicht Ja, andere Welche von der Fünftunion? Von dir aus ist links das Meer, ne? Bist du in so ein kleines, zerfallendes Haus reingehübt? Da rennt auch einer den Berg grad runter, pass auf Wo, von rechts von mir? Schnee, Schneeberg, zu unserer Hütte zu Hm, was, wieder von den beiden? Ja Dein einziges hin und her hier Machen wir uns fertig Oh, scheiße Ich hab auf jeden Fall, weil hier, weil ich mich daran gütig tun Was denn? Ein Stein Ein totes Reh Ein totes Reh, ja Was? Iko, Iko, Iko Jack, lass es, lass es Nicht in der Aufnahme Wow Schwierig Wow, wirklich? Er ist schwierig Aber wir nehmen auf Wir nehmen ja auf Oh Mist Rust ist für Erwachsene Das ist nicht jedermanns Sache Könnte auch nicht immer Das hat doch nichts mit Erwachsenen zu tun Wir können hier auch nicht rückwächtig Check, what the fuck Auf die Acht, du Scheiße Was denn? Ist hier jemand bei uns? Ja, ich komme Komm nicht auf die zu Ja, nein Vielleicht Ich springe Du wisst es aber nicht Hallo, Digga Wo sind die? Verrasch uns jetzt nicht Ich bin bei der kaputtenen Basis, Jack Wo bist du hin? Wir sind bei unserer Base Da, ja, da ist einer Da ist er Ja? Ich bin tot Ach, Quatsch Echt jetzt? Ja, ich bin tot Weiß nicht warum Ich komme Ähm... Hunting Weapon Uuuuh... Hunting Weapon Bogen Ja, aber er schießt auch mit Das unfälligste Kraftemessen Wurde wieder hergestellt Ne, du hast Bob erschossen Ja, er ist reingerannt in den Schuss Sag doch, dass du schießt, Mann Naja, Bob, du spornst ja da Also ich komme mal zurück Und kläre das für euch Ich habe nämlich gerade schon jemanden getötet Du bist da erfahren, oder wie? Hast du keine Skruppel mehr? Hm? Geht ganz leicht? Nein, ich habe jetzt jemanden getötet Und jetzt ist bloat an meinen Händen Ich kann nur sagen, dass es ein Hirsch war Mit dem du gerade fertig warst Nein, das war ein Mensch Machst du jetzt mal ein Mensch weiter, oder wie? Ja Jetzt geht es erst richtig los Oh Gott Schwierig Sind die noch da, oder was? Ah, ich bin hier bei den Spex 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 Ich bin bei den Spex Du bist ein Hero, wirklich Ich glaube, Bob ist tot, oder? Du bist genau mit dem Kopf da reingerannt auf einmal Du sagst auch gar nichts, dass du jetzt irgendwie angreifst Und das war auch irgendwie nicht ersichtlich Du bist auf einmal aus meinem Rücken rausgerannt Die ganze Zeit bin ich in den Bogen Sind die jetzt noch da, oder nicht? Mann, eine Fresse Eine Frage Nein, ich sehe niemanden Bodan hatte gelogen Er hat nur eine Chance gesucht, Bob zu erschießen Richtig Genau Das wird es sein Komm, wir gehen auf Ressourcen, Soro Bis jetzt war das ja alles noch Quatsch Ne, machen wir wirklich Hau mal Aua, hat es weh getan? Gut Komm mit Komm, Nacketei Ne, ich würde gerne die Ressourcen, die ich gerade habe Einfach nochmal kurz, oder? Das ist viel Ich zieh dir am Stieb, oder? Ja, komm mit Nein, ich komm mit Nein, ich komm mit Da sind sie doch Ich komm mit meine Hose Was? Wo? Hier, Flussseite, andere Flussseite Rache für Bob, auch wenn er durch unsere Hand gestorben ist Ja, genau Ihr Schweine! Ihr habt doch Bob geschossen Wir haben gar nicht Who the fuck is Bob? Genau Who the fuck is Bob? You killed Bob! Er schreit doch ingame Wodan, Mann! Echt! Wie ging Suicide? Was ist meine Konsole? Kill Einfach nur Kill Nix Slash Einfach nur Kill Tut doch gar nicht weh Du musst zweimal machen Wo denn? Wo hast du denn gesehen? Ah, ich bin tot Gleich tot Gleich tot Wie gleich tot? Wo? Informationsfluss Ja, reicht es nicht? Zwei Mann hinter dem Fluss Hinter mir ist was eingeschlagen Gut Ja, über der Fluss ist es lang Ich sehe sie aber allerdings, Bele Mia, siehst du mich? Ja Ah ja, ich sehe sie Rennen sie da hoch beider? Okay, Sniper Minja Sniper Minja Wollte Leiche noch da? Wodan oder hast du sie gelootet? Nein Ich loote ich Wenn du hier spawnst Ich bin tot, ja Du bist tot Du bist tot Wodan Wodan Kannst du nicht Wir sind zu dritt Teamspielen Wir haben alle Pfeile Und noch ein Die da oben auf den Sonnenbankflever rum Ja, weil Kannst doch sagen, pass mal auf Die sind da und da Ich halte mich mal kurz zurück Bla 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 Nein, Gott sei Dank haben wir es auf Video Hab ich ja gesagt Wie du dich nicht verhalten solltest? Ich sehe sie nicht Ingen Wo sind sie? Ich sehe sie nicht Oh, ich wollte gerade auf dich schießen Mia Wir wissen nicht Wir wissen nicht Bin ich hier, ne? Ja, okay Ja, du hättest mich schon erschossen Wenn du ein Gegner gewesen wärst Ich sehe sie nicht Mann Die sind weiter hoch Wodan Teamplay Informationsfluss Alter, wer die euch unterhalten habt Wo jetzt Wer seinen Stock reinmacht Okay Ich mach ihn jetzt selber kaputt Ist mir jetzt egal Dann musst du Du machst jetzt Wodan kaputt? Hast du meine Knarre mitgenommen? Wodan Muss jemand töten Ihr hattet ne Knarre? Ja, ich hab ne Knarre Bob hatte so ne Knarre Achso Ding ist doch Rotz Geht so? Geht so? Wer ist da bei der Base? Ist er dir? Wir kommen jetzt zwei Wodan Ich frag dich nochmal Hast du meine Knarre genommen vorher? Nein Da hast du es genommen Es ist wie es ist meine Damen und Herren Es wird auch weiter kriseln In der Hundsturztruppe Ihr merkt schon wir sind Profis Ja, wir werden jetzt auch den Code nochmal ändern Damit zwei Mann draußen bleiben Und Und Sachen Aber Wodan ist oben drin Der liegt hier in seinem Schlafsack Der liegt hier? Ja Bob kann nix für man Hallo Wodan Was liegst du denn hier so? Hättest du ruhig mal den Ofen nochmal anmachen können Teamplay Hat den Arsch am heißen Ofen liegen Genau Mann, Mann Achim Lass den Kameraden Bob Verröcken Bob So Es wird lustig weiterhin meine Damen und Herren Ich hoffe euch gefällt das Lasst uns mal einen Daumen oben da Und In der nächsten Folge töten wir uns nicht gegenseitig Sondern auch die Gegner Vielleicht in meinem Fall auch mal ein Abo Das würde mich auch freuen Bei Minja Das braucht er nicht Der hat schon so viele Ansonsten Wodan und Bob abonnieren Die bringen nie Videos raus Das ist das Schönste Was man machen kann Da sieht man nämlich nicht das Fehlverhalten Von manchen Leuten Die jetzt schlafen Ich wünsche euch eine schöne Nacht Tag Was auch immer jetzt für eine OZ ist Tschüss Ciao Tschüss Donne, Mama, Mann Scheiße